Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten. Eine Freundin hat ihr dringend zugeraten. Sieh doch wieder. Jede Viertelstunde nimmt sie ab ein Pfund. Und dabei fühlt sich die Tante ganz gesund. Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten. Keine Suppe, keine Dingsbums, keinen Braten, Müsebraten. Vor ne Woche war die Tante cool rund. Ihr Lieber, vor ihr wittet ihr recht ist noch ein Pfund. Und solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, sind wir noch nicht richtig im Schuss. Solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, da schmeckt uns kein Sekt und kein Kuss. Solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, wird nie eine Dummheit gemacht. Solange nicht die Hose am Kronleuchter hängt, wird nicht an die Haier gedacht. aus der Haier